Musik Ich möchte mich ganz herzlich bei der Werbegemeinschaft bedanken, bei den ganzen Organisatoren, die das ja ehrenamtlich machen. Natürlich haben wir Steffen Dittmer dabei, unseren Malzmönche und Ehrenbürger, der wieder das Freibier sponsert. Und ich denke zum 25. Stadtfest muss auch das Fass ein alter Hase anstecken, der im Vorstand der Werbegemeinschaft ist, der jetzt noch nichts davon weiß und dann so unauffällig filmt. Das ist der Hartmut Münich und der muss nach vorne kommen und das Fass anstechen. ... funktionieren wird, wie das der gekonnte Steffen hier uns immer vorlegt. Ganz genau beobachtet. Eins, zwei, drei. Drei Schläge und es läuft. Das Bier läuft. Es gibt Freibier. Ja, liebe Gäste, trauen Sie sich, treten Sie ran. Jetzt ist die Chance. Wir sagen an dieser Stelle ein Prosit auf das Stadtfest 2016. Und jetzt sind wir uns 16 aufs Klack.